Hosenkranz der Liebesflamme vom 28. März 1997 Zu Ehren der Wunde der rechten Hand Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde der linken Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde der rechten Seite Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Der Heilige Erzengel Michael, seid im Geiste mit dem leidenden Jesus vereint. Bleibt ihm treu, denn er hat für eure Erlösung den Matertod erlitten. Das ist der Beweis seiner unendlichen Liebe an euch und seinem Vater gegenüber. Je intensiver ihr euch mit Jesus vereint, mit seiner Liebe und seinen Leiden, Umso mehr vermag seine Liebe, euer Inneres umzuformen. Dann werdet ihr auch verstehen, dass das Leiden kein Schicksalsschlag, Sondern Gottes Geschenk ist. Denn dadurch will er die Seele glätten, vervollkommenen, zu sich erheben, An sein heiligstes Herz ziehen. Gott liebt den Menschen, den er geschaffen hat. Und all sein Tun ist das Werk seiner Liebe. Gott erlaubt manchmal das Böse, jedoch nur in eurem Interesse für das Heil eurer Seele. Denn im Allgemeinen ist es so, dass große Leiden, Versuchungen, den großen Gnaden vorausgehen. Jesus, erste Station, Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus wollte mich vor dem Tod retten. Er war feige, weil er vor den Menschen Angst hatte, Deine Macht und Position zu verlieren. Der Stolz umhüllt die Seele immer mit Dunkelheit. Deshalb fragt er. Was ist die Wahrheit? Auf eine Antwort wartet er jedoch nicht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesfamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hier, den armen Seelen, im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit gequältem Leib, selig, ganz erschöpft, nehme ich das Kreuz auf meine Schulter. Der aus der Liebe entspringende Gehorsam hilft euch jedoch durch alle Schwierigkeiten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen, im Fegefeuer. Dritte Station Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Last der Sünden drückt meine Schulter. Alle Sünden, der von Gott abgewandten und von ihm getrennten Menschheit. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erwarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Meine schmerzhafte liebe Mutter, dein mitfühlendes Herz war immer mit mir. So hilfst du mit mir, leidende Partnerin, im Werk der Erlösung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station Simon von Sirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Auch heute brauche ich Simone, die mir helfen, mein Kreuz zu tragen. Nicht nur aus Muße wollte es tragen, sondern die Liebe zu Gott und den Menschen leite euch dabei. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station Veronika, recht Jesus, das Schweißtuch da. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die aufmerksame Liebe ist immer erfinderisch. Ohne Wurke empfindet sie, was ich notwendig brauche und was der andere benötigt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebende Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, umreißen dich. Denn durch dein herrliches Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. So oft fallt ihr in eure Sünden wieder zurück. Ich habe euch jedoch ein Beispiel gegeben, um der Sünde aufzustehen, zum Neubeginn. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflüße die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf, den armen Seelen, im Pflegefeuer. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Weinet nicht. Dadurch ist die Welt noch niemals besser geworden. Hofft und glaubt an Gott und den Worten der Mutter Gottes. Liebt alle Menschen und sowohl für eure Sünden und die eure Mitmenschen sühnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklammette, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein herriges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Haltet Buße und hört mit allem auf, womit ihr Gott und den anderen Menschen beleidigt. Wollt euch bessern und nehmt Abstand von jenem Weg, der Unbeständigkeit, der Sünde, des Hasses, der Rache, der Eifersucht, des Neides, die in die Hölle führen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir bieten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, wie schmerzlich ist für mich der Sumpf der Sünde. Die Sittenlosigkeit und in euren Tagen wächst, diese Sünde stürmisch schnell und zerstört die Seele. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklammer, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Täterfeuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Meine sorgenden Hände und das verirrte Schäflein suchende Füße werden durchspohrt. Welche Qual der Qualen ist das? Meine Tränen fließen, mein Blut rinnt und weit das rohe Holz des Kreuzes und die sündige Erde. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ich erfüllte alles, was mein Vater von mir wünschte, damit die Erlösung des menschlichen Geschlechtes sich erfülle. So verwirklichte sich dieses göttliche Werk. Bis zum Tode habe ich den Gehorsam gegenüber dem Vater auf mich genommen, weil ich ihn liebe und auch den Menschen liebe. Diese Liebe bewegt er mich zum Leiden und inmitten der Qualen zur Ausdauer bis ans Ende. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Tegelfeuer. 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner betrübten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, umpreisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Mutter Gottes, mein lieber göttlicher Sohn, zu Tode gequälter, vom Blut überströmter Sohn, so musstest du qualvoll sterben am Holz des Kreuzes, damit du durch deinen Gehorsam den Vater versöhnest und allen Menschen die Erlösung erwerbest. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebe zu kommen, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierzehnte Station Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der heilige Erzengel Michael, friedlich ruht der gequillte Leib. Vereint euch im Geiste mit der heiligsten Jungfrau und Mutter und mit ihr wartet auf den Tagesanbruch von Ostern. Deine Freude und Glorie, die Morgenröte des aufbrechenden Tages. Möge eure Lage noch so aussichtslos sein. Der jetzige Augenblick fällt niemals in Verzweiflung, sondern in vertraulicher Gesinnung, wartet auf das göttliche Lüftchen, auf die helfenden Gnaden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Frutte, bitte für uns arme Sünder, überflute, ganze Menschheit wird im Gnaden wirken, deine Liebe, Gegrüßung, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unserem Gehlt den Armen im Fegefeuer, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Gehlt